L'Anjoumo ist eine französische Gemeinde mit 21.657 Einwohnern im Departement Essonne in der Region Ile-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Palaiso und ist Verwaltungssitz des Kantons L'Anjoumo. Die Einwohner werden L'Anjou-Méluise genannt. Durch die Stadt fließt die Iwette. Geschichte L'Anjoumo ist einer der ältesten Orte im Tal der Iwette an der Straße von Paris nach Orleans. Sarkophage aus dem 4. Jahrhundert wurden an der Stelle gefunden, wo heute das Krankenhaus steht. Der Pfarrbezirk ist seit dem 13. Jahrhundert bezeugt. L'Anjoumo und Schelimatsarien hatten die gleichen Herren, beginnend mit den Grafen von Drö. König Ludwig IX. gab beide Orte den Herzögen der Bretagne. Später waren sie im Besitz des Hauses Anjou. Am 23. März 1568 wurde der Frieden von L'Anjoumo zwischen Katholiken und Protestanten zur Beendigung des Zweiten Hugenottenkrieges unterzeichnet. 1596 kam Martin Rutze, Schatzmeister des Königs Heinrich IV., in den Besitz des Ortes. Sein Urenkel Armin Charles de la Porte heiratete 1661 Hortense Mancini, eine Nichte Mazarins. Deren Enkelin heiratete 1777 den Fürsten von Monaco aus dem Haus Grimaldi, der dann der letzte Herr von L'Anjoumo war. L'Anjoumo war die erste Poststation zwischen Paris und Orleans. 30 bis 40 Unterkünfte konnten Reisende aufnehmen. Punkt Sehenswürdigkeiten Die gotische Kirche Saint-Martin ist seit 1910 Monumenthistorik. Die Brücke der Tempelritter ist eine der ältesten erhaltenen Brücken der Ile de France und seit 1930 ebenfalls Monumenthistorik. Punkt Trivia Die im 19. Jahrhundert entstandene Operakomik unter dem Titel Der Postillon von L'Anjoumo von Adolphe Adam popularisierte den Namen der Stadt. Auch außerhalb Frankreichs. Städte Partnerschaften Bretten, Deutschland seit 1981 Konda-Ixanova, Portugal seit 1985 Bamba seit 1988 Pontipol, Großbritannien Persönlichkeiten Lening lebte hier im Mai 1911 in einem Zimmer in der 1. Etage eines Hauses der damaligen Grande Rui. Nathalie Kosciusko-Morizit war von 2008 bis 2013 Bürgermeisterin von L'Anjoumo, Söhne und Töchter der Stadt Nikolas Charles-Sehringe, Butanica, Marc Lavouan, Musiker, Manuel Epikella, Schach-Großmeister, David Reinhardt, Jazzmusiker, Jeremy Meneth, Fußballspieler, Kenny Ellis-Sonde, Radrennfahrer, Olivier Entekam, Fußballspieler.